Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge FIFA 16 Karrieremodus Road to Bro sind wir nämlich mit FC Blackpool, nur Spieler aus der eigenen Community, sind im Kader und wir sind heute wieder in einer Vorbereitungsfolge, aber diesmal geht es nicht auf den zweiten Spieltag zu der League One, nein es geht auf den Capital One Cup zu und das wird der Oberhammer Leute, denn wir werden auf einen Zweitligisten, der gar nicht mal so schlecht bisher gestartet ist in der Liga, ja auf den zukommen und das wird richtig, richtig heftig, beftig und wir werden jetzt gleich erstmal eine Sache machen, nämlich die Kommentare durchgehen und ich möchte nochmal sagen zur letzten Folge, ich werde es auch gleich nochmal kurz ein bisschen erläutern, ähm, ja die letzte Vorbereitungsfolge ging einfach so lang, weil es noch so viel zu sagen gab, äh, die Transfersphase noch offen, kann sein, dass diese Folge auch noch ein Türchen länger wird, in Zukunft, aber habe ich ein Konzept mir überlegt, äh, wie die Folgen kurzer bleiben, eigentlich war mein Ziel, so 15 Minuten, rackzack, paar Sachen machen, Einstellungen, paar News lesen und so weiter, um gar nicht so viel zu reden, äh, aber da habe ich festgestellt, wenn ich dann, äh, fast in jeder Vorbereitungsfolge auch ein bisschen Q&A machen will, äh, wird das alles ein bisschen zu lange und eigentlich sollen ja die langen Folgen die Spieltag folgen werden und das lange sollen ja 25 Minuten da sein, jetzt gab es halt am ersten Spieltag so viele Tore, dass natürlich auch da die Folge lang wird, da kann ich auch nichts für, äh, aber es ist auch nicht schlecht, war ein geiler Einstand, das muss man mal sagen, war ein richtig geiler Einstand und der erste Punkt, den wir machen, den ich jetzt auch nicht mehr vorlese oder irgendwas, sondern es war einfach das Gespräch, ich hatte es in den letzten, äh, Folgen gesagt, dass ich sowas auch in der Google Plus Community poste und wenn die Zeit da ist, war jetzt ganz, ganz knapp, muss ich sagen, oder besser gesagt nicht knapp, sondern, äh, Ferni kann sich glücklich schätzen, dass ich noch keine weiteren Aufnahmen gemacht habe, sonst hätte ich, war seine Antwort eigentlich teilweise schon fast zu spät, also da kann er sich glücklich schätzen, denn wir werden gleich unseren ersten Abgang begrüßen oder zumindest verabschieden eher so und ihn, äh, ja, alles Gute wünschen, denn Ferni hat gesagt, er möchte gerne seine Karriere weiter, äh, ja, weiter hoffen und tun und machen in der Bundesliga, ich bin es gerade überlegen, wir könnten eigentlich schon 810.000, äh, Euro für ihn verlangen, Maximum steht da oben, er hat jetzt gesagt, wir wechseln, nicht, dass er mir sauer wird am Ende, dass es nicht klappt, aber eigentlich können wir für FC Blackpool mal ein bisschen Geld raushauen, finde ich, ich, äh, weil er ein bisschen mehr wert ist und können einfach mal sagen, Ferni, sagen wir bitte nicht sauer, ich versuche das jetzt einfach erstmal und sage, komm, ein bisschen mehr könnt ihr schon zahlen, jetzt nicht so viel, äh, und wenn ihr das macht, dann könnt ihr gerne dieses Megatalent haben und, äh, dann verabschieden wir unseren ersten Spieler, wir werden ihn dann auf die Wunschliste natürlich packen, um weiter zu beobachten, was mit ihm passiert, ganz klar, ähm, so geht das ja an, dieser, ähm, Spielsystem, und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz die eine oder andere, ähm, ja, Frage mal wieder durch in der Community, ähm, weil da gibt's noch zwei, drei Fragen und da gibt's, äh, einmal die Frage, einmal muss ich was revidieren von den letzten Folgen und zwar, Luca Stoll hat das Pascal erfunden, den Namen mit den zwei da vorne, das einmal kurz so durchzugehen, ich kann mal kurz gucken, ob ich Fenster öffnen kann oder so, nee, es geht mal wieder gar nichts, oh, ja, oder ihr könnt es auch so sehen, wenn ihr wollt, auch schön, oder? Richtig schnieke, ähm, ich kann das mal, ich kann das ja mal für euch aufmachen, eigentlich dachte ich, geht zwar schnell nur die ganzen Sachen durch, aber jetzt können wir es auch mal so machen, ähm, Achtung, nicht erschrecken, pff, so, und zwar folgendes, äh, das sieht jetzt folgendermaßen so aus, dass wir noch zwei, drei, äh, Kommentare durchgehen, und wir werden das in Zukunft so machen, dass ich eine Vorbereitungsfolge mich nur auf News und auf Rangliste, beziehungsweise Team, äh, Bericht, äh, konzentriere und dann wieder eine andere Folge auf, äh, also Q&A mache, äh, weil beides auf einmal ist einfach too much und ich will einfach nicht, dass die Folgen so lange gehen, das ist einfach mein persönlicher Wunsch, auch wenn ein paar schreiben, dass die letzte Länge völlig in Ordnung war, dann gucken wir ja einfach mal gemeinsam die Kommentare durch, warum nicht, und schauen einfach mal, was sich hier zu machen lässt, ähm, ähm, für alle, weil er ja auch hier Timo S. fragt, auf welcher Schwierigkeitsstufe spiele ich, und jetzt denken viele, was, Diko, du spielst nicht auf Legende, was geht denn mit dir ab, das stimmt, ich spiele nämlich auf Weltklasse, und habe sogar noch Antritt, zwei Attributen runter, und sonst alles bei 50, und, äh, ganz ehrlich, ich bin zufrieden damit, das ist die HSV-Einstellung, äh, und wenn ich merke, beim HSV zum Beispiel, bin overpowered, oder auch hier bei Blackpool, ich bin overpowered, 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 dann werde ich die Antrittspunkte auf 50 hochhauen, dass überall auf 50 ist, äh, wenn es dann auch zu einfach wird, dann fange ich an, auf Weltklasse, äh, auf Legende zu schalten, und wenn es mir da zu viel ist, gehe ich wieder mit dem Antritt runter, so spiele ich dann immer, und so versuche ich mich dann irgendwie anzupassen, so einfach, äh, ist das dann einfach, wenn ich das halt mache, ne, so, einfach mal zum Schwierigkeitsgrad Stufe, äh, ich verfehle, gibt es ja, die ändern dann Attributen von Sprint muss auf 70, und Mann Deckung muss auf 30, die ändern so viel, ich bin eigentlich zufrieden, mit dem, was EA da hingelegt hat, mit den, mit den 50, 50, 50, nur, dass eben, äh, der Antritt zu intensiv manchmal beim Gegner ist, wo ich mich aufrege, deswegen habe ich da Attributen zwei runtergehauen, ähm, dann, ich möchte da bleiben, stark nackter, dann soll er da bleiben, bisher hat sich noch kein Tor gemeldet, dass einer ausgeliehen werden will, ich rate es nur, dass einer mindestens ausgeliehen wird, ähm, dann mal gucken, was wir noch so Schönes haben, dann gibt es eine Sache, und das ist heute Save, und auch im nächsten Spieltag Save, der, äh, schafft, wird die nächsten beiden Spiele spielen, weil den habe ich irgendwie total vergessen anscheinend, obwohl, vielleicht erst nur das nächste Spiel, weil er ging davon aus, in dieser Serie, aber beim inoffiziellen Spiel hat er gespielt, das gilt dazu, Leute, ja, also das geht da, das gilt dazu, und, ähm, nur, das ist schon mal jetzt so, Fernie will die 25 haben, aber es interessiert uns nicht mehr, weil er will ja jetzt wechseln, wenn es klappt, und wir gehen jetzt mal ganz kurz nach, ganz nach oben, und gucken uns auch mal die Kommentare, des ersten Ligaspiels an, 5-2 gewonnen, das war sensationell, und Marlon Hansen ist nicht ganz so glücklich, äh, dass er ausgeliehen werden soll von mir, aber da habe ich ihm ganz klar gesagt, äh, äh, dass es nur eine Kurzleihe ist, und, äh, dass es halt mir und Uwe Holm auch wichtig ist, Spielern die Möglichkeit zu geben, ähm, sich auch woanders zu entwickeln, weil wir sind alle, ihr seid alle klasse Spieler, und ihr könnt nicht alle spielen, das ist einfach so, das ist einfach so bei 51 Spielern, äh, das geht gar nicht anders, und, äh, deswegen wünsche ich mir auch sogar, dass ein paar von sich aus, oder ich auch ausleihe, dass die woanders einfach Spielpraxis kriegen, und mit ihrer individuellen Entwicklung richtig explodieren, und dann eben zurückkommen, und dann uns richtig nach oben in die Champions League schießen, oder so ähnlich, so, Rami möchte gerne bleiben, auch wenn ich, ehrlich gesagt, nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung war, er sagt, er möchte auch bleiben, egal was ist, auch wenn er nur, äh, Reserve ist, er möchte sich da durchsetzen, das akzeptiere ich, das ist in Ordnung, aber wie gesagt, dann darf man auch nicht zu hohe Erwartungen haben, so, der Wookie schreibt, er möchte gerne die Nummer 23 haben, oder eine Zahl unter 30, Hauptsache an HSV-Spieler, ehrlich gesagt, da fehlt es wieder, dass ich nicht weiß, welcher Spieler du bist, du musst deinen Spielernamen immer dazu schreiben, so, die Luise Mettke schreibt, wenn du die, äh, wenn die M12, man muss lesen können, Leute, noch frei ist, würde ich die nehmen, und ich glaube, die war nicht mehr frei, liebe Luise, ich kann gleich nochmal gucken, aber ich glaube, die hatte schon jemand, so, und das einfach mal, zu diesen, Punkten hier, kommen wir jetzt, zur weiteren, äh, zu einem Punkt noch, und zwar die Luise Mettke, wollen wir mal kurz noch gucken, bezüglich, äh, der Taktikvorlage, ach, Taktikvorlage, was labere ich für ein Mist, sondern die, Trikot Nummern, und ich war mir sicher, dass die 12 der Möllner, vorher schon gesagt hat, aber ich finde, Mettke, falls du nicht schlimm findest, für die 15 passt sehr gut zu dir, eigentlich habe ich jetzt genau gewusst, was ich mit Stoll machen will, und zwar Ballkontrolle, müssen wir dringend mit ihm trainieren, durchsetzen, und ich versuche jetzt mal, obwohl Stoll hat ja gerade gespielt, ich hatte ja eigentlich die Regel gehabt, die, die gespielt haben, dürfen nicht getrainiert werden, deswegen ändern wir das mal nochmal, ähm, das wäre ganz fair, finde ich, so, Sela kriegt ein Training, und, da sehen wir, ähm, ich denke, wir bleiben da bei ihm, beim Trippeln, so, achso, jetzt habe ich gar nicht geändert, den Stoll, da nehme ich nämlich jetzt mal den Bäcker, und der Bäcker, kann, noch ein bisschen Ballkontrolle, was ist denn das los hier, mit den ganzen Ballkontrollen, ja, und wir gehen gleich nochmal das ein, das letzte, das erste Spieltag darüber, sprechen wir nochmal, und noch vieles mehr, warte mal, ich will gar keinen Stürmer mehr haben, ich will jetzt hier mal noch, äh, nackt da, ehrlich gesagt, hatte, schon gut bewiesen, aber zwei Gegentreffer, da muss ich sagen, ich glaube, äh, Couple to One wird auf jeden Fall ein anderer sich beweisen dürfen, ich denke, der Benjamin wird das werden, das gucken wir uns aber alles ja gleich noch an, und, äh, jetzt werde ich den Schloss trainieren, da sehen wir, der braucht unbedingt ein bisschen Abschlagtraining noch, und, ähm, nehmen wir mal was an der Außenverteidigung, was wir da trainieren können, Tobimon hat gespielt, das wäre dann unfair, und dann nehmen wir doch mal den Adams, der hat noch nicht einmal ein Training machen dürfen, das wäre dann ganz fair, und er ist ein Abwehrspieler, und kann kaum kretschen, was ist denn hier los, aber ich habe es natürlich nach euren, äh, Karten teilweise gemacht, und wenn ihr sagt, ihr seid, äh, LRV, aber seid nicht gute Defensive, dann wird das natürlich auch gemacht, ne, müsst ihr bitte dran denken, dass ich da natürlich, ich mache das, was ihr sagt, so, und wir trainieren, im Mittelfeld haben wir die meisten Spieler, ähm, Schiller hatten wir letztens, Domdino hat noch nie ein Training gekriegt, dann darf der jetzt trainieren, ist ein Sechser, und wir gucken mal, wie er defensiv so steht, als ein Sechser, könnte Kopfballpräzision ein bisschen besser sein, Beweglichkeit ist da nicht so gut, äh, lange Pässe, könnte auch noch ein bisschen trainieren, ich mache mal Beweglichkeit, dann nehmen wir das hier unten wieder, glaube ich, ne, hier, Beweglichkeit, Dribbling und so weiter, so, trainieren, Wummsdi-Lumms, und wir sehen, Schloss ist jetzt schon in Stärke 61, und wird demnächst auch bestimmt seine Chance kriegen, in der Liga spielen zu dürfen, so, und wir gehen noch mal ganz kurz die Tabelle durch, von, äh, dem ersten Spieltag, so ein bisschen ganz kurz prickelnd, nur rüberfallen, falls jemand den letzten Spieltag nicht ganz zu Ende gesehen hat, es war der erste Spieltag, wir haben 5-2 gewonnen, lass mal ganz kurz nochmal drüber sprechen, äh, was ihr da, was ihr so geil daran fandet, ich persönlich fand das ganze Team, im Gesamtpaket genial, bin ein Tick so gespaltet, was Nackta angeht, für mich war es der Torwart, der die Vorbereitung gewonnen hat, geiler Reflex erst, aber zwei Tore kassiert, und, ähm, beim 2-0 sah er, da kann er gar nichts für, aber beim 1-0, finde ich, sah er nicht so gut aus, trotz, dass er vorher die tolle, äh, Aktion hingelegt hat, er wirkt ein bisschen, so schlampig, hatte ich das Gefühl, muss aber sagen, wer mich extremst, krass überzeugt hat, war Mettke und Ritter, das war schon heftig, und Grittmann als Spielmacher besser, als auf der linken Seite, Lukas Stoll war auch nicht schlampig, vielleicht Marcelo war auch nicht schlecht, also da wird es schon schwierig, wir werden aber im Couple to One definitiv einige andere Spieler spielen lassen, jeder darf sich beweisen, aber, ihr müsst wissen, ich bin natürlich einer, der jetzt gerade versucht, alle Mannschaften, alle Spieler von uns kennenzulernen, und, äh, natürlich brennt sich dann so ein Name wie Marcelo, wie der dann gespielt hat, Tor gemacht hat, oder wie Mettke, in meinen Kopf rein, und wenn ich das Gefühl habe, wir spielen gerade nicht gut, oder wir sind nicht mehr erfolgreich, dann haben die natürlich schon ein bisschen Vorteil, deswegen, jeder muss Gas geben, der seine Chance bekommt, ganz klar, und, äh, es wird wohl in den Couple to One nicht einfacher, wir müssen kurz gucken, Charlton Athletic ist meiner Meinung nach, äh, Zweitligist, das werden wir jetzt mal überprüfen, andere Ligen, und da gucken wir mal in England, genau, guck mal, die haben Unentschieden gespielt am ersten Spieltag, und sind auf Platz 6, also das wird jetzt schon ein Knaller-Megaspiel, die haben 2-2 gespielt, das heißt, die sind offensiv stark, aber definitiv, vielleicht stellen sie auch, weil sie ein zweites Gegentor gekriegt, die müssen vielleicht mal rausfinden, gegen wen die gespielt haben, aber ich glaube, das wird nicht möglich sein, denke nicht, dass wir das sehen können, aber es ist schon mal ganz interessant, wir werden auch in der Vorbereitungsfolge nicht immer, aber öfters hier mal reingucken, alle 5 Spieltage oder so, und gucken, wie es hier aussieht, auch in der 1. Liga, guck mal, der FC Sauss-Hemden ist bisher Tabellenführer, vielleicht gibt es ja hier so ein paar Überraschungen, Tottenham Hornsburg und Liverpool zum Beispiel, gucken da unten rum, und wir müssen mal rausfinden, wer eigentlich der Erzrivale von FC Blackpool ist, weiß das einer von euch, weil bisher natürlich würde ich Just for Fun Liverpool nehmen, wegen dem Pool, und weil Jürgen Klopp da ist, und ich ihn auch reinprogrammiert habe übrigens, dass jetzt in den News da steht, ähm, das wäre schon richtig nice, wir haben hier Spielerentwicklung, mir ist aufgefallen, dass Tobi Mann kaum spielen lässt, obwohl er sich als, das sind so Texte, die leider beim SVH auch oft kamen, die dumm sind, weil Tobi Mann hat gespielt, und wir gucken mal, was es unter den News gibt, Wer will nicht zu Tom Hornsburg und bleibt bei Real Sociedad, FC Turin hofft, Bastos bald zu kaufen, und was haben wir hier noch, und wir gucken mal hier, FC Blackpool feiert zum Trainer einstand, einen Sieg, das wollen wir natürlich lesen, ich habe ja gesagt, bei der Vorbereitungsfolge lesen wir mal mehr, das mache ich beim HSV nämlich gar nicht, in dieser frühen Liga-Begegnung, besiegt der FC Blackpool, FC Wallsall mit 5 zu 2, was schon eine Sensation ist, finde ich, die meisten Experten halten dieses Ergebnis, aufgrund der Spielanteile, auch für angemessen, klingt doch schon mal nett, Die Fans von FC Blackpool skandierten, begeistert den Namen des neuen Trainers, nachdem ihre Mannschaft im ersten Pflichtspiel der Saison einen Sieg verbuchen konnte, obwohl viele sich so früh in der Spielzeit noch nicht zu Prognosen hinreißen lassen wollen, sind die Fans dem neuen Mann bereits rettungslos verfallen, einen wirklich tollen Trainer haben wir ihn da an Land gezogen, hoffentlich war das heute ein gutes Omen, aber ich glaube fest daran, dass wir noch Großes erreichen werden, Es gibt nur ein Holm, ganz genau, sagt ein Fan nach dem Spiel. Und da muss man auch sagen, bisher war ja Holm so lala erfolgreich, bei SVH war es so, dass wir nicht gut gestartet sind, am Ende aber in die 3. Liga, äh, in die 2. Liga ganz, ganz, nee, in die 3. Liga ganz knapp aufgestiegen sind, wir haben Regionalliga gestartet, ne? Ja, genau, hab ich vorhin in der letzten Folge Scheiße gelabert, äh, aufgestiegen sind, aber Mühe und Not, war der größte Erfolg für Oberholm, dann musste ich aus Lizenz gründen, oder ich wollte, ich müsste nicht, sondern ich wollte einfach Lizenz, aus Lizenz gründen einfach, weil man Mods an sich eigentlich nicht präsentieren darf, als YouTuber, zumindest ist es nicht so gesund, man soll das Spiel präsentieren, das man auch gekauft hat, äh, da ich jetzt nur Spieler erstellt habe und einen Trikot, aber, äh, Respekt vor den Sponsoren und so weiter habe, denke ich, geht das noch so, da drücke ich mal ein Auge zu, als kleiner YouTuber geht das noch, ich denke, äh, EA ist da, sieht das auch ganz cool und wenn, denke ich, würden die da auch Bescheid geben, aber bei, äh, bei dem SVH-Projekt, das war mir einfach zu riskant, weil es ging hier um eine richtige dritte Liga-Lizenz, die eigentlich EA nicht hat und ich habe sie präsentiert und das fand ich ehrlich gesagt nicht gut und auch nicht in Ordnung, deswegen habe ich es gecancelt und ich fühle mich auch gut darüber, dass ich das getan habe, auch wenn ich diesen, diesen erfundenen Verein, wo ich mir mühe und not ein geiles eigenes Wappen gegründet habe, ähm, richtig geil fand, und wenn irgendwann EA auf die Idee kommt, doch mal wieder in den Creation Center oder irgendwas, äh, zu veröffentlichen, was offiziell Vereine erstellen erlaubt, dann würde ich, und vielleicht haben sie auch die Lizenz der dritten Liga dann, würde ich auf jeden Fall den SVH wieder an den Start bringen, definitiv, war mein größter Traum, den ganz groß rauszuhauen, irgendwann vielleicht mal großer YouTuber zu sein und dann den Verein echt zu gründen mit euch oder so, das wäre mal so richtig geil, also, da bin ich schon sehr stolz drauf, und wie gesagt, Overholm ist dann durch diese Lizenzveränderung gewechselt nach Amerika, zu FC New York, aber da, war er am Ende besser, als am Anfang, aber auch da, muss man sagen, war es so mittelmäßig, dass wir hier schon mal gut gestartet sind, wir sehen, ich werde wahrscheinlich zu 95, vielleicht höher, Prozent das ganze Team auswechseln, weil das ist alles müde, die werden nicht fit, bis zu diesem, wichtigen Pokalspiel, Capital One, Cup. Was wir jetzt machen werden, ist, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich will wissen, wie bei, wie heißt der Verein nochmal, Bradford, unsere Leihspieler gespielt haben, denn, die haben gewonnen, 3-1, und liegen hinter uns, direkt in der Tabelle, und da will ich mal sehen, Benni hat keinen Einsatz eingekriegt, und Maxi anscheinend auch nicht, oh, das finde ich aber jetzt ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, gucken wir mal unter, Spielerstatistiken, nee, Quatsch, ich vergesse, verwechsel das immer unter Teamstatistiken, und dann gucken wir mal unter, denn, 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 habe ich den Namen gerade nicht mehr im Kopf, wie die hießen, ach, es sind alle, ach, wir sind im Capital One, deswegen bin ich gerade so durcheinander, irgendwie, so, hier, so, und da müssen, ganz oben sind sie, Bradford City, und da gucken wir mal, äh, wie ist da der Einstand war, Maxi hat tatsächlich nicht gespielt, ich habe euch, ich habe nicht ausgeliehen, dass ihr die einsetzt, ihr Deppen, und nicht auf der Bank hocken lasst, Benni hat wirklich nicht gespielt, schade, wirklich schade, muss ich sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber schauen wir mal, wie es noch weiter geht, in dieser, äh, Liga, und wir gucken mal, jetzt noch eine andere Sache, und zwar Teamrang, ob das jetzt mal richtig eingeordnet ist, ach, das war wirklich so, wie in der letzten Folge, obwohl die Wettke so eine schlechte Note hat, ist sie da oben, wahrscheinlich wird dann doch die, Gesamtstärke ein bisschen einberechnet, und wer jetzt denkt, äh, warum wird denn jetzt hier, die Wettke, und Wettke, warum haben die so große Stärken, ich habe denen ein bisschen mehr gegeben, weil die, äh, vorher auch 60 hatten, dann habe ich ein 63 gegeben, habe immer gemerkt, die sind im Kopfballkampf und im Zweikampf durch die Stärken, weil sie ja von der Figur her, so ist FIFA realistisch nämlich, äh, nicht durchsetzen konnten, da habe ich denen einfach richtig mehr Kraft gegeben, und so weiter, und dann ist natürlich auch zur Gesamtstärke hochgegangen, ähm, so ist das halt mal, guckt mal, nur die Mettke, bei einer Note 7,1, und der Lars Ritter hat es auch geschafft, nicht eine, nicht eine Note, sondern das ist eine Form, denke ich, ne, oder, bin ein bisschen durcheinander, aber ob das jetzt die Form, oder die Note sein soll, ähm, da steht nämlich Form, für mich ist das eine Note, und wir sehen, Bestwert hatte Lars Ritter natürlich, das wissen wir ja vom letzten Spiel, und wir gucken nicht immer alle durch, sondern immer nur ein bisschen oben und unten, wenn nicht immer jetzt 51 Spieler durchgehen, so, und Jan, äh, könnte auch mal einen Einsatz kriegen, der war auch richtig nett, letztens mal, und dann gucken wir auch, wer noch hier oben ist, der letztens keinen Einsatz hatte, halt die Wettke, die hat halt Formtiefner jetzt nicht gespielt, der Simon Barth ist auf der Leihliste, aber vielleicht können wir ihn trotzdem mal spielen lassen, der ist nämlich auch gar nicht so schlecht, der ist in der Top 10, und ganz unten, gucken wir mal, wer noch ganz unten ist, immer noch der Blee-Meister, immer noch der Blee-Meister, aber das heißt gar nichts, weil wir haben eine kleine Abwehr, äh, Abteilung, deswegen werden definitiv auch alle zum Spielen kommen, da bin ich mir sicher, ja, Ferni ist damit weg, wir haben hier Angeholt für Ferni in Höhe von 600.000 Euro gründlich überdacht und entschieden es zu akzeptieren und das Geschäft damit perfekt zu machen, die FC Bayern Vertreter werden sich nun mit dem Beraterspieler zusammensetzen, also noch ist er nicht weg, noch müssen sie Vertrag und so weiter klären, und, ähm, ja, wir können ja mal noch, wie gesagt, ist er noch da, dann können wir ihn also noch nicht auf die, auf die Wunschliste packen, machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, in der nächsten Vorbereitungsfolge, jetzt kommen wir erstmal zur Aufstellung, und die Aufstellung wird diesmal etwas anders, und zwar werde ich heute, äh, versuchen, mit einem eher defensiven 4-5-1-Standard vom FC Blackpool spielen, und diesmal wird der Sela vorne sein, weil er ist groß und beweglich, auch teilweise, also können wir lange Bälle nach vorne spielen, auf der linken Seite, das habe ich mir einfach versprochen, weil ich ihn vergessen habe, ihr könnt auch reinschreiben, du hast mich auch extrem vergessen, dann werde ich auch in Zukunft nochmal angehen, ist er schafft, wird LM spielen, RM, ja, Möllner war gut, aber er ist leider ein bisschen, ja, ein bisschen angeschlagen, deswegen, wir haben auch auf dem RM, meiner Meinung nach, andere gute Spieler, und dann werden wir diesmal den Gothic mal ausprobieren, oder spielen lassen, würde ich sagen, wo ist er denn jetzt, hey Bro, da, den Gothic, und in der Defensive, muss ich mal ganz kurz überlegen, ich wollte eigentlich, ich muss doch nochmal kurz gucken, ich wollte eigentlich mit zwei Sechsern spielen, ähm, ich glaube, ich mache lieber das 4-5-1 breit, weil ich wollte eigentlich mit zwei Sechsern spielen, fällt mir gerade so ein, ähm, ich muss da kurz aufpassen, dass hier alles korrekt noch ist, schafft wieder rüber, und ich wollte den Ritter, der richtig gut war, in dem Spiel, und ich habe ja gesagt, die, die richtig gut sind, die dürfen auch beim nächsten Spiel, solange sie nicht müde oder formtief haben, auch wieder spielen, und, äh, der Ritter hat sich das auch, meiner Meinung nach, auch verdient, ähm, im Sechserbereich neben ihm, soll einer, der auch richtig gut war, der Jan sein, und auf der linken, Seite spielt heute der, wo ist er denn, müssen wir uns suchen, der Luca, Luca, so, und in der Innenverteidigung, wird spielen, wieder Beck, weil er auch gut war, und Van Ehren, der hat die Ehre, Pokal hier zu rocken, Becker, der war auch wieder, mega, 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 klasse, aber heute, äh, würde ich eigentlich auch mal einen anderen spielen lassen, aber ich glaube, es ist so ein wichtiges Pokal-Spiel, vielleicht lasse ich mal Becker weiterspielen, und nehme auf jeden Fall auf die Bank ihn, den Adams, dann darf er im nächsten Spiel spielen, äh, wo ist er denn, Adams, Adams, da, darf auf jeden Fall das nächste Spiel spielen, das ist safe, weil es kann sein, dass ich ihn glaube ich noch bisher vergessen habe, aber jetzt will ich ein bisschen aufpassen, weil das ist ja, äh, es geht hier um ein Zweitliga-Mannschaft, ja, also das wird richtig spannend, spannend und auch herausfordernd, so ein nackter, ja, war nicht so schlecht, aber trotzdem zwei Gegentreffer, Benjamin war der Zweitbeste in der Vorbereitung, deswegen darf er heute spielen, auf der Bank, Stoll darf auf jeden Fall bleiben, Meißen darf bleiben, äh, Schille möchte ich gerne mitnehmen, Schille, dann, äh, Dom Dino, möchte ich mitnehmen, ich möchte, äh, Pascal mitnehmen, Winter, mal kurz gucken, ob ich noch richtig fliege mit allem, und, für die rechte Seite, jetzt bin ich immer ein bisschen irgendwie raus, ach, warte mal, Adams kann auch RM, eigentlich wollte ich Nagar mitnehmen, aber ich glaube, auch den werde ich mir, äh, für das, äh, zweite Ligaspiel vornehmen, weil ich will lieber Adams jetzt drin haben, der kann auch RM, und dann wären wir erstmal damit durch, ja, äh, Kapitän wird diesmal, Moment mal, hier stimmt was, eine Sache nicht, und zwar, und zwar, der Grittmann soll eigentlich gar nicht spielen, der kriegt eine Pause, auch wenn er klasse war, und es soll einer spielen, der eigentlich mir richtig gut aufgefallen ist, nämlich Marcello, oder Marcello, ne, Marcello, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, er hat es in die Kommentare geschrieben, aber ich glaube, er wollte Marcello, nicht Marcello, oh, siehste, mal wieder richtig schlecht vorbereitet hier, so, und weil ich hab grad nur gesehen, weil Kapitän soll diesmal der Jan sein, und bei den Anweisungen, wie gesagt, da machen wir jetzt zentral orientieren, Anspielstation, soll er sein, konservatives Verhalten, und warte mal hier, äh, Passwege zustellen, ganz genau, Marcello soll vorne bleiben, vorne bleiben, ähm, das kann er sich selber entscheiden, frei, und er soll bitte energisch sein, links, defensive Verstärkenschaft, natürlich, in die Mitte ziehen, das ist mir irrelevant, eigentlich können wir auch mit vielen Flanken spielen, heute mit dem großen Seeler, ähm, den Rest lassen wir auch, so, so, gottik, oder er hat ja gesagt gottisch, soll ich ihn aussprechen, also nämlich gottisch, ähm, warum, weiß ich echt gesagt nicht, das ist so typisches, verkorkstes Deutsch, oder, musst du mal genau mal in die Kommentare schreiben, warum das eigentlich gottisch sein soll, ähm, defensive Verstärken, in die Mitte ziehen, nein, da soll auch alles bleiben, und der, äh, Jan, der darf mich nach vorne orientieren, aber der Ritter nicht, einfach mal, weil der hinten so ein guter Abräumer ist, der Luca, äh, Quatsch, der soll, äh, stets überlaufen, und hier auch stets überlaufen, und dann sind wir auch schon fertig, mit der Vorbereitung, ja, wir wollen das abspeichern, und ich bin sehr gespannt, Leute, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, und ich glaube, ihr auch. ich bin sehr, ja. Untertitelung des ZDF, 2020